hallo willkommen zu einer weiteren folge skyline wir werden erstmal um ein neues wohngebiet kümmern beziehungsweise weiter haben wir noch ein bisschen platz ich glaube und der ecke so dann haben wir hier schauen dass immer eine straße gebaut bekommen wo wir alle probleme haben aber immer noch an ich brauche nämlich viele arbeitskräfte in der forse fehlen hat lecker das ist ja ein bisschen erweitern kleine siedlung mehr so wäre es schritt wasser was haben sie auch schauen wir gleich gewerbe und büros dann werden wir gleich in der u-bahn zug war ja auch gleich ja 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 da bin ich da war eine kleine straße rein errichten wir gleich wieder im wohngebiet was machen wir hier in der mitte werden wir dings bauen schulen und so gleich in der straße bauen so wieder wasser und so und so und so und so werden wir gleich wohl anschließen gleich eine linie errichten eine linie zum forstgebiet so das hätten wir auch richten wir in der schule und schule schule arztpraxis krematorium meine kleine feuerwache bei 2 holen soll die ordnung aufhalten werden schon haben wir unser bedarf an wohnraum erledigt werden wir hier die autobahn aufwerten dann wird das was 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 ist straßenzölle ha ha haha bisher unterhalt bereit hier park gewerbegebiet haben ein bisschen nachfrage wenn wir hier richten es 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 was es 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 wenn wenig mit zwei paschieren am anfang das ist nicht gut ist doch alles vorhanden das gleich besucht was schwierig ist sterbe die fliegen jeder vorher haben wir auch über die leise nicht gewinnen Hier wurden viele Reihen, ne? Geht nur noch Arbeiter, aber hier haben wir ein Problem mit dem Güterverkehr. Das heißt, hier werden wir eine neue Güterhöfe bauen, eine Bahnhof bauen und eine parallele neue Straße bauen. Mal schauen, ob das was bringt. Das heißt, erstmal eine Straße errichten. D. Das wird nun wieder herstellen, ob es gleich wieder Probleme gibt. Dann wollen wir uns hier praktisch die Bahn von da nach da verlegen. D. 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 einmal hier an einmal dann 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 so das heißt dass wir gleich noch erwähnen braun jungs wasser und strom jetzt sollte es beides problem löst sein dann 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 ja wir haben zwar arbeiter problem aber wir haben keine nachfrage 46a platze so mal die ruine abreißen heute mein abriss der ruinen ist auch für heute die folge beendet hat gefallen würde mich freuen über ein like oder ein abo das sollte freude gewesen sein was haben wir hier man hört sie und siehst du nicht nur noch nicht ich bin Okay.